Ja, hallo, da bin ich wieder. Mit diesem Glockenläuten läute ich den Anfang der Folge ein. Ähm, wir sind hier beim Hammerschlag stehen geblieben. Äh, ja, genießt die Folge. Ja, 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 ja. Wer wagt es mich zu stören? Du wirst mein Nächster sein. Wie Intimidating, fast schon wie Doomguy. Doomguy. Mann, die macht doch eine Rolle. Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Ah, ja. Ah, ja. Nein! Das reicht. Weg, weg, weg. Das ist der Hauptgegner. So wie es scheint. Oh, oh. Hallo. Ach, Mann. Jo. Jo. Heißt das, der ist jetzt schwächer? Oder stärker? Also ich meine, also, ja. Nein, erscheint scheinbar gleichst viele Sachen. Er hoff zu beschwören. Nenn mir deine Namen, Herr Wischer. Nein! Das mit dem Tank hat sich erledigt. Gibt's doch nicht! Uuuhh, alle! Mann! No! Ich hab mich in Ruhe! Nein! Ach, Junge! Aaaaaaah. Na gut. Okay, den hab ich schon bei einem, äh, angelockt. Och, Mann! Weich aus! Nein! Nein, 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 nein! Heilige, 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 Heilige. Nein! Achtung! Achtung! Oh. Er kann sich regenerieren. Habe ich gerade gesehen. Wohen geht er? Okay, dann gehe ich halt nochmal da hoch. So. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch eine Rolle gemacht. Mann. Das ist doch ein Rollenstechen. Die Rollenstechen funktioniert nicht. Was macht der Typ eigentlich? Was zieht er immer noch oder ist er schon verreckt? Eine Alltagsschwäche. Was ist er denn? Da läuft immer noch. Uiuiui. Uiui. Nein, das Klee. Yes. Man. Leute. Das gibt es doch nicht. Mann. Mann, 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 Mann. Ausweichen, Junge. Junge, Junge, Junge. Oh. Heilige Maria. Oh. Heilige Maria. Nope. Uub. Uiuiui. Komm. Komm her. Ne? Das ist doch nicht die Möglichkeit ey. Ach, eine Rolle. Das hat jetzt nicht geklappt. Was hat der getroppt? Was hat meiner dort eigentlich getroppt? Hab ich den mir schon angeschaut? Ich weiß gerade nicht mehr. Ähm, nope. Hab ich den schon? Den habe ich schon, okay. Dann, was hat der für mich? Ich bin wieder so einen roten Augapfel. Jawohl. Weitere geht's. Tränke wären schön. Also, Fokuspunkte meine ich. Dann erst die Böhlen. Und jetzt. Da ist jetzt der Nächste. Mann. Ja, auf damit. Böhlen. So. Jo. Bayblade. Chance nutzen und halten. Was war das? Ich bin hier überhaupt nicht getroffen. Äh, okay. Mein Freund ist tot. Tactical retreat. Yes, yes. Was? Was? Wie? Er sollte eigentlich trinken. Trinken hat der Fungerfüt. Okay. Oh, jetzt. Na. Ah, ich hab kein Kling. Okay. Yes. So. Jetzt wird er wieder flammig. Nicht, dass irgendwie. Ja, kann ich. Ich kann es verbrechen. Yeah. Ja, ich wünschte mir, ich hätte mir noch. Ja. Ah, ich hätte einen Rückenstich machen, glaube ich. Äh, was? Nein. Ja, meine Güte, ey. Okay, folgendes. Ich möchte mal was probieren. Ich zieh mal alles an, was... Nein, das mache ich dann. Ich zieh dann mal alles an, was mir... Äh, die meiste Feuerresistenz gibt. Oh, los, schneller, schneller, los. Zieht die Folgen länger nicht in die Länge. Ah, das geht doch. Das war's für heute. Okay, ich glaube, ich kann vorbei. So. Wo ist... ...der Sperling? Der Sperling ist weg. Okay. Bin ich halt zu dem hier. Ein Hoch auf das Langschwert, wie ich... Wie ich das schon mal gesagt habe. Wer bleibt übrig? Wer darf mich... ...wer darf mir gegenübertreten? Einer? Zwei? Oh. Ist klar. Und einen habe ich gelockt. Hoffentlich nur den einen. Jawohl. Na, komm, 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 komm. Das gibt's doch... Oh, Mann. Nein, nein. Nein. Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Ich konnte... Ich kann nicht mal einen einzigen killen. Ach, wie viel Seelen waren das denn jetzt? Na los, kommt, schneller jetzt. Ich tombe. Ich kann nicht mal an den Mund... Und ich kann nicht mal lösen... ...Ill Coca-Cola. Ich kann nicht mal... ...hier. Ich kann nicht malen kurz halten. Und ich kann nicht malen kurz it... Wenn jetzt weše тебя geben. Und das ist es... Da. ускal sente hat. dasst du... ...dates... Wow, toll, Dankeschön. Okay, der zieht in die Stadt. Ja, was willst du denn? Du, Huren, Mann. Ja, okay, so geht es auch. So, das ist ein Geräusch. Hat er geme... Oder was? So, haben wir da beide überlebt? Ja, toll. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann. Mann, oh. Oh. Weich aus, weich aus, herfort noch mal. Na, komm schon. Das Beobachtung ist doch... Na, also. Ach, was hast du mir? Bin's da schon selber. Stülpen. Dankeschön. Oh, genug Seelen fressen. Hallo, komm zu mir. Ja, so geht auch. Und dann... Auf geht's in den Kampf. Hurra. Hey, ich hab zuerst angegriffen. Was soll das? Mann. Da steht der Zweite auf. Mann. Ey. Ey. Ich brauch mich da herzuspringen. Voll. Meinem Schiff. Ey. Nein. Roll doch nicht dahin, Junge. Ein. Drei. Oh. Toll. Äh, äh, äh. Nein, nein, nein. Ich mag das nicht. Ey. Ich hab doch gerollt. Herr Gott, noch mal. Mann. Du nervst. Du nervst, Junge. Das ist mein letztes Verkönchen. Wenn du rollen würdest, bitte Dankeschön. Mann, Mann, Mann. Rollen. Och, das ist doch nicht die Herrscher. Ich muss das Video sonst echt heftig schneiden, wenn das nicht so weit, äh, ja. Wenn das hier so weitergeht. Okay, folg... Ach ja. Folgendes. Ich versuch's mal mit Parieren. Aber nicht jetzt. Ah. Bitte, Leute, schneller bewegen. Nicht so langsam. Ah. Ja. Anh. Toll. Ah, die lebt auch noch fast. Hey, dude. Hey, yeah. Gut, die Finstermänner sind tot. Ah, ja. What? Are you sure about that? Geronimo... Das ist doch nicht... Mann! Es klappte besser als erwartet. Eigentlich geplant. Ja, doch. Hat ganz gut geklappt. Danke für die Augäpfel. Klingelingeling. So, was ich jetzt probieren wollte. Folgendes. Äh, ich zieh mir die Rüstung an, die mir am meisten Feuerschutz gibt. Für zwei. Für zwei. Äh, nee. 5,1. Okay. 5,1. Okay. 5,1. Okay. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Jawoll. okay dann das hier oder sieben 399 11 ok 13 9 ja 13 9 ok hier feuer 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 stein stein 33 37 hier feuer feuer 6 8 6 8 7 7 8 8 1 8 1 ok wie sich aus schnieke ok weiter geht's als der parier schütz ganz wichtig das haus schützt mein ich jetzt probiere ich mal und parieren ach du heilige joo hat doch gut geklappt parierst du mal junge nein es sind zwei jetzt hurra nein ach komm es sind noch vielleicht 1800 oder so äh ja seel ne ich probiere es so jetzt mitzupackieren mann so komm wer auch immer hier will und mann lieber sandmann na endlich action und mann So, komm, bleib dich an. Na, komm schon. Nö, sagt mir nicht, der andere ist auch gekommen. Naja, naja, so ähnlich. Okay, komm. Oh. Das ist eine sehr tödliche Taktik. Sehr, sehr. Oh, findest du eine tödliche Taktik? Was hast du für mich? Kleine Titanitscherbe. Dankeschön. Wolfsblutgrasklinge. Dankeschön. Mhm. Tiger Edelstamm. Ich weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist. Was war das denn jetzt? Was, 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 was ist jetzt los? Ey, wo ist das Fenster hin? Alter, warum hat sich das Spiel minimiert? Wow. Was zur Hölle ist jetzt gerade passiert? Was war das denn jetzt für eine Kacke? Was piept hier bei mir? Was piept hier bei mir? Hört man das? Was, was zur Hölle? Moment. Meine Güte. Was zur Hölle? Vollbild. Fenstermodus. Was war das denn jetzt für ein Kacke? Heilige Maria. Ich hoffe, die sind weitergelaufen jetzt. Natürlich nicht. Nicht. Ach, Mann. Ja, ich sehe sehr hübsch mittlerweile aus. Gut, die gehen weiter. Das war's. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das für eine Kacke? Meine Güte, ist die berühmte Schifftasse oder was? Alter, hör auf zu piepen. Du merkst jetzt. Toll, Vergiftung. Mir doch egal sein. Blöde Vergiftung. Was zum... Bin ich veräppeln? Warum kann ich nicht... Was piept denn hier? Was ist das für ein Bullshit? Ich kann nicht parieren. Warum kann ich nicht parieren? Jetzt kann ich auf einmal parieren. Was ist das mit... Was macht die Tastatur für Sachen, ey? Alter. Leichnamtunnel. Dankeschön. Also, geht doch. Was piepte denn da? Mann. So, wie viele haben wir überlebt? Komm, du, da greif an. Das ist mit mit dem Bildschirm. Oh, nein. Ich will nicht die Einrastfunktion aktivieren. Bin ich tot? Ich bin tot. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit, ne? Du sch... Blöde Einrastfunktion. Wie kann ich die ausschalten? Meine Herren. So. Noch einmal gedrückt. Die Einrastfunktion aktivieren. Nein. Wie kann ich das ausmachen? Was ist das? Nein, so. Habe ich das jetzt gefixt? Hoffe. Ich probiere mal. Also. So. Mal gucken. Na? Na? Willst du piepen? Willst du piepen? Na? Na, also bitte. Ah, Mann, 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 Mann. Nein, auch nicht. Auch nicht. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was die überhaupt mit dem Pilz auf dem Kopf haben. Der Pilz ist weg. Oder? Der Kopf ist weg. Die Haare sind nur noch da. Was ist denn? Okay. Ich dachte, das war gut. Ja, komm, mach eine Bewegung. Ja. 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 Nein, nein. Ah, ich hab keine Ahnung wie das mit dem Parieren funktionieren soll. Wer ist denn Mornes? Zu schnell ums zu lesen, alles klar. Ich hab mich schon gewundert, was das für ein Geräusch ist. Was ist mit meiner Ausdauer? Ich konnte nicht trollen auf irgendeinem Grund. Oh. Los, jetzt mach schnell. Jetzt kommst du plötzlich nicht mehr da was. Hm. Gut. Nicht. Nichts. 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 Wow, jetzt haben sie den einfach durchgemerriert. Na komm her. Ja. 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 Oh. Oh. Leo, come here for me. Nein! Mann! Mann! Yes! Hey! Yes! No, trink! Oh! Jawohl! Jetzt, туда! Come to me! Let's take you! Yahoo! Okay. Mann! No! Äh... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Äh, die haben die da oben übersehen Aber er die nicht Okay, das wird jetzt interessant Okay, da schießen Giftwolke In deren Richtung Na? Wird's noch? Wird's noch was? Ja, vergifte sie Korrumpiere sie mit der dunklen Seite der Macht Die, aber nicht mich, ja? Ja Erwischst du die überhaupt? Weil die haben dich immer noch nicht bemerkt Ich glaub, da leise Schleiche kommt nicht an Na? Machst du mal Los! Das war ein Heilzauber Ich hab's gesehen Was machen die da? Oh! 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 Nice! Ah, komm her du Nur eine Bewegung Mal los! Oh! 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 Du 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 du. Jetzt höchst du nix. Gut, den werde ich jetzt nicht parieren. Ich bin Bock. Komm her, du. Ich mach dich kalt. Ich wurde warm. Je nach Religion. Das habe ich verpasst. Warum hast du einen Tritt gemacht? Warum um alles in der Welt hast du einen Tritt gemacht, Junge? Die Rollen. Oh Mann, der ist echt krass. Nach wie vor. Hä? Kalle. Leiche Zunge. Okay, das ist mal was Neues. Hey, Loot. Paulus Kiefernhart. Du brauchst eine rote Autapfel. Paulus Kiefernhart. Dankeschön. So. Let's get ready to parier. Hello. Okay. O eh? Das hat nichts gepraat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nup, der hat nix für mich. Was? Wauw, mit dem langen Drieke genommen. Komm. Hey, du, ja du, komm. Das war nicht. Geh nicht. Auch gut. Warum machst du nicht die Ding? Warum machst du nicht die Ding? Warum? Komm, noch einmal. Gut. Du willst. Du bist. 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 Ja. ja du komm na komm put on him nisht Was ist das? Oh, Mann. Oh, Mann. Mann, komm, du bist langweilig. Würde ich nie parieren lernen, wenn ich gegen die Leute dann nicht mehr ankomme. Zu den Leuten nicht mehr ankomme. Spannende Musik Ich weiß nicht, wie das heißt. das war knapp warum hat er nicht gewollt was hast du für mich oooohh pinstermaske und pinster wustung ja nice okay dann habt ihr gekillt kommt 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 hast du was für mich nein nein Ja, ein Messer vor den Wind. So, geborgsene rote Augapfel. Yes, please. So, oben ist noch einer. Yo. Was war das denn für ein Delay? Mann, Mann, Mann. Was habe ich schon reingaktiviert? Mann. Nein. Was habe ich schon reingaktiviert? Der Grund. Naja, ich bleib bei dem. So. Höfel reichen. Hey, danke schön. Fäulnis-Grufschwert. Ich habe schon mittlerweile ein ganzes Waffenarsenal davon. Bitte parieren. Bitte parieren. Ah, Mann! Parieren bringt nichts. Scheiß drauf. Weg damit! Wack! 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 Oh, Kiehl's alone. Das hat verraschendweise also das hat seltsam Oh nice Ey noch die Finstermaske Hurra Wie viele Ternitscherben habe ich denn schon ein Bring nicht Schwerter zu einem Wurfmesser-Kampf mit, Junge mit, Junge Das war's für heute. Nein, nein, du mal. Na, jetzt reicht's aber mal. Oh, Tritter, du erwache. Oh, oh, es hat funktioniert. Ach, wo gibt's auch? Oh, hey. Hey. Trinken, 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 trinken. Eilen, wenn ich mal die Chance habe. Hey. Nein, 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 nein. Gut, das war das. Escape. Tape. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Man. Das hätte doch schon mal besser geklappt. Einfach Tuch hauen. Ich glaube, die Rüstung ist eher besser. Ja, im Großen und Ganzen ist die Rüstung einfach doch im Endeffekt viel besser. Äh, zu schwer. Aber ich glaube, ich habe gerade den Dreh raus gehabt. Ich muss ihn nur irgendwo an eine Wand locken, wo er nicht gut wegrollen kann. Oh, das wird peinlich jetzt, wenn du mich hier killst, ne? Oh, hallo. Ja, komm, versteck dich nicht von mir, Junge. Ey, da hoch. Das ist gut. Okay. Okay. was zur hölle versteckt unter bitte das war der falsche drang ich stöte irgendwann verliere ich meinen kopf wenn das so weitergeht du bist du getriggert junge ach man mach eine rolle wenn ich eine rolle drücke dankeschön für deine opfergaben hier links genau das war's jetzt das hier dankeschön mit einer bösen reichweite 380 grad und keine ahnung wie viel das ist mach eine rolle drücke schön wau wau wirst du aha dankeschön wirst du dankeschön ich heile mal und gehe rein nein nein du darfst du den angreifen mann nein Spann mich doch, der alte Stock. Ne, 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 ne. Hello. Nope, 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 nope. Wow. Nein, aus welch Rolle, aus welch Rolle? Ach, das gibt's doch nicht, du Dödel, ey. Ey, warum auf mich? Oh, das ist doch nicht möglich. Ach, das ist doch nicht möglich. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay Weißt du was? Ich glaube, ich sollte einfach durchrennen. Was ist denn da oben lang so? Okay Was? Okay 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 Ich bin ausgerollt Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020